Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 bei Need for Speed. Nachdem das letzte Rennen ja komplett ausgebucht war, sind jetzt noch eine Handvoll Fahrer übrig geblieben und wir sind auf einer Heizerstrecke unterwegs. Das kann ja was werden. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Oh no, oh no, oh no, oh no! Boah, da muss man sich natürlich ganz schön konzentrieren, weil nur durch wirklich enge Vorbeifahrten, boah, da geht es schon los. Man kann theoretisch richtig lange mit dem Nitro fahren, wenn man immer ganz knapp am Gegenverkehr vorbeifällt, wird der Nitro ja kurz in seinem kleinen Stückchen aufgeladen. Aber irgendwann sieht man ja überhaupt nicht mehr, was von vorne kommt bei dem ganzen Geschwindigkeitsschub hier. Besonders im Tunnel natürlich gefährlich. Ja, und dann passiert sowas. Ich sehe eigentlich eine Sekunde vorher schon, dass es zum Unfall kommen wird, aber irgendwie würde ich dann meistens nicht weglenken, weil ich befürchte, dass es dann nur noch schlimmer wird, obwohl es ja eigentlich gar nicht schlimmer werden kann als ein Unfall. Naja. Oh, Schief! What the hell is going on? So, jetzt kommen wieder die schwungen, verschlungenen Straßen, seitdem man auf der Karte kommt, weil ich noch nicht weiß, wie es jetzt lang geht. Oh! Ah! Eieieiei! Voll was los hier! Oh! 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 Eieiei. Na, das war ja mal was. Oh, das Audi Cabrio hat es auch geschafft. Mhm. Na dann, ging noch eigentlich ganz zügig zur Sache. Würde ich mal so sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Vielen Dank.